Wir kommen jetzt zu einem weiteren Haufen Magie. Den jungen Mann habe ich kennengelernt. Da ging es eigentlich so, dass man sagte, so meine Damen und Herren, jetzt kommt Magie. Und ich habe einen ähnlichen Kollegen und ich sagte, ach Mensch, Magie und Macht. Und ich habe gemerkt, dass eigentlich die Magie zwar schon in den Tricks liegt, aber die Magie liegt auch in der Rhetorik. Und Sie haben ihn am Eingang kurz kennenlernen können mit seiner Close-Up-Magie-Show und begrüßen Sie jetzt mit seiner Stand-Up-Show. Und Sie werden einen riesigen Spaß haben. Das verspreche ich Ihnen jetzt schon. Markus Domanski. Vielen Dank. So, erstmal wunderschön. Stefan, haben wir was? Haben wir nicht? Anmachen. Anmachen. Achso, dahin, ja. Hast du vorhin wieder ausgemacht, Stefan? Hallo? Nein. Nein. Äh, Mutti, das ist jetzt nur für die Show. So. Stefan? Ja, das ist ein super. Ja. Siehst du? Danke dir, Andrea. Spaß gemacht. Magst du mal? Ja. Okay, meine Damen und Herren. Ja, setz Sie sich durch. Das ist in Ordnung. So, erstmal schönen guten Abend. Guten Abend. Ja. Ja, hallo. Schön. Hallo, Papa. Ja. Also, meine Damen und Herren. Euch wird jetzt was ganz, ganz Besonderes erwarten. Wir werden Spaß und Zauberei haben. Können Sie doch hinten hören? Ja. Nein, wir werden nicht jetzt gehen. Sie können vorne sehr schön gucken. Hier. Darf ich ein kleines Geschenk machen, Frau Beck? Mein Programm dauert so circa sechs Stunden. Ich hab gedacht, ich mach mal gleich am Anfang was ganz schnell. Wissen Sie, was das ist? Was ist denn das? Ein Gumi? Hatten Sie auch die so dünnen? Nee, was auch mal. Ich zeig das mal ganz frei. Schau mal. Und da kann man jetzt so kleine Tiere drauf machen. Mögen Sie einen Hund? Sagen Sie mal ja. Jo. Okay. Ich mach das Ganze einmal ganz kurz vorne, mit einmal in die Ohren vorne, mit Schmerz, mit der Halbord in die Körper, einmal in die Füße, zack. Und sofort haben wir einen kleinen Moment, das ist noch nicht ganz fertig. Wenn man schon jetzt auf eine Dimmerküden schenkt will, ja, viel Spaß damit. Kleinen Applaus, das ist noch ein Glück. Okay, super, dann haben wir einen Klang.